Ja, schönen guten Morgen. So, heute mal ein Video vom frühen Morgen. Wie ihr seht, alles ganz nett dunstig. Ich mache mal einen Rundumblick. Ich habe jetzt etwas über eine halbe Stunde Power Nordic Walking gelaufen. Und von da komme ich, da aus dem Wald raus. Hier, ja genau, da hinten an diesem Funkmast vorbei. Über die, durch das Tal durch. Und habe jetzt eine ziemlich lange Steigung hinter mir. Von da kommt die Anja morgens früh. Die ist etwas vor mir, weil die hat eine kürzere Strecke bis hier hin. Jetzt gehe ich mal, man sieht hier also fantastisch. Das gibt gleich einen tollen Sonnenaufgang. Wir haben einen blauen Himmel. Kein Wölkchen zu sehen. Ein bisschen Dunst. Und es ist 0 Grad, also es ist ein leichter Frost. Ja, jetzt bin ich einmal rum. Jetzt drehe ich die Kamera mal um zu mir. Hallo. Wie ihr seht, mit Stirnleuchte, die mache ich jetzt mal aus. So, weil jetzt ist hell genug. Und wenn ich aus dem Wald raus bin, dann geht das auch ohne Lampe. Warnwest ist auch noch an, wie man sieht. Jawohl. So, und jetzt denke ich mal, habt ihr so einen gewissen Eindruck, wie das morgens früh hier aussieht. Und ich würde sagen, ich laufe jetzt mal weiter. Ich habe ja noch ein Stück vor mir, um die anderthalb Stunden voll zu kriegen. Die Anja macht sich bestimmt gleich Gedanken, wo ich bleibe. Aber ich sage da mal, noch einen schönen Tag wünsche ich. Bis dann. Üç Üç Üç